Wieder einmal endet eine Hauptrunde bei einer virtuellen Platschen-Eishockey-Weltmeisterschaft. So schnell geht's! Und wir kommen heute noch zur Gruppenphase, zur Abschlusstabelle beider Gruppen und wollen dann auch mal schauen, wie sieht's denn aus? Wer trifft im Viertelfinale schlussendlich hier auf wen? Und wer schafft den Sprung nicht ins Viertelfinale? Wer ist virtuell abgestiegen? Und dann vergleichen wir das Ganze auch noch mit den reellen Tabellen. Und wir beginnen, wie immer, mit der Gruppe A. Und in der Gruppe A, da sehen wir von unten nach oben Großbritannien, Dänemark, Österreich und Norwegen, die sich nicht qualifiziert haben. Interessanterweise Großbritannien, Dänemark, das stimmt überein von den Tabellenplätzen. Dann Österreich und Norwegen, die sind hier auf 6 und 5, im Reellen auf 5 und 6. Österreich da also einen Platz besser. Aber es ist schon deutlich, was wir hier von den Punkten sehen. Und 7 Punkte für Norwegen, 6 für Österreich, 3 für Dänemark, 3 für Großbritannien. Und dann kommen wir zu den Viertelfinal-Teilnehmern. Alle 4 sind korrekt mit Schweiz, Finnland, Tschechien und Kanada. Auch in Wirklichkeit ziehen die ins Viertelfinale ein. Allerdings, da gibt es von der Platzierung her so ein bisschen Änderung. Kanada stimmt überein. Die holen sich den Gruppensieg mit 19 Punkten in der Gruppe A. Riell. Virtuell hat man hier ohne Fehl und Tadel diese Gruppe bestanden. Auf Rang 1. Dann auf 2 hier die Tschechen. 3 für Finnland und 4 für die Schweiz. Da war ja jemand, der das Tschechenspiel gesehen hat, der das Spiel Schweiz gegen Finnland gesehen hat. Das war ja ganz, ganz anders noch bis kurz vor Schluss. So sei es denn. Tschechien also auf der 2 mit 18 Punkten, Finnland auf der 3 mit 15. Am Ende doch noch ganz solide. Und die Schweiz auf der 4 mit 11 Zählern. Und in Wirklichkeit Kanada, Schweiz, Tschechien und Finnland. Trotz alledem. Wir haben 4 von 4 Viertelfinalteilnehmern richtig bei der Platzschen Eishockey-Weltmeisterschaft. Und ich werde es morgen so machen. Es werden natürlich die 4 virtuellen Begegnungen kommen. Aber es werden auch noch die 4 reellen Begegnungen kommen. Das werde ich jetzt immer parallel zeigen, dass man da einfach auch so ein kleines Vorausblick hat. Das ist also die 12. Platsche Eishockey-WM in der Gruppe A. Kanada vor Tschechien, vor Finnland und vor der Schweiz. Die damit im Viertelfinale stehen. Großbritannien virtuell abgestiegen. Großbritannien auch in Wirklichkeit abgestiegen. Die Mannschaft von Peter Russell muss also den Gang ins Unterhaus wieder angehen. Und dann haben wir die Gruppe B. In der Gruppe B von unten nach oben. Polen, Frankreich, Kasachstan und Lettland. Und das Interessante war, Polen, Frankreich, Kasachstan und Lettland. Genau so steht es auch im Reellen. Also da haben wir wirklich ins Schwarze getroffen. Die tabellarische Anordnung genau so, wie sie sein sollte. Und wenn man weiterblickt, Slowakei, Deutschland, Schweden, USA. Da hätten wir fast die komplette Tabelle richtig. Aber Slowakei, Deutschland stimmt. Vierter und Dritter. Lediglich die USA und Schweden tauschen da. Die Schweden als einziges Team mit 21 Zählern bei der reellen Eishockey-Weltmeisterschaft. Vor den US-Amerikanern. Hier fehlte am Ende ein Punkt. USA hier vor Schweden, Deutschland und der Slowakei. Trotzdem sehr, sehr geil zu sehen. Trotzdem sehr, sehr interessant. Und ich freue mich, dass halt wirklich alle acht Teilnehmer bei uns, auch alle acht Teilnehmer bei der reellen Weltmeisterschaft sind. Also so einen Treffer hatten wir, glaube ich, noch nie. Das ein oder andere, wir hätten auch die richtige Anordnung noch haben können. Aber schön, dass sich virtuell auch ein bisschen was unterscheidet. Das bedeutet, im Umkehrschluss bekommen wir dann im Viertelfinale folgende Partien zu sehen. Wir haben die erste Viertelfinalpartie Kanada gegen die Slowakei. Und die stimmt auch im Wirklichen überein. Also diese Partie werden wir auch sehen. Das heißt, ich werde die natürlich nicht zweimal zeigen. Dann haben wir Tschechien gegen die deutsche Mannschaft. In Wirklichkeit trifft Deutschland auf die Schweiz. Wir haben Finnland gegen Schweden. Auch das stimmt überein. Und das finde ich sehr, sehr, sehr nice. Wir haben also zwei von vier Viertelfinals, die tatsächlich so übereinstimmen. Und wir haben die Schweiz gegen die USA in der virtuellen Eishockey-WM. Das bedeutet also, ihr werdet heute sechs Partien sehen. Einmal die vier, die wir hier sehen. Und dann noch Schweiz gegen Deutschland und die USA gegen Tschechien. Einfach als kleines Orakel als Goodie. Trotzdem finde ich es cool, zwei von vier Viertelfinals richtig getippt zu haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das auch in Wirklichkeit und virtuell dann so weitergeht. Und ich bedanke mich wirklich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die hier zugeguckt haben bislang. Es ist wieder überragend. Ich freue mich einfach immer wieder über diese virtuelle Platsche Eishockey-WM. Und schon wieder ist ein Jahr bald vorbei. Aber nächstes Jahr dann 2025, da gibt es die 13. Noch sind wir ja nicht durch. Jetzt kommt die heiße Phase und ihr dürft es gerne kommentieren. Schreibt doch mal drunter. Was glaubt ihr, wer holt sich den Weltmeistertitel virtuell? Was glaubt ihr, wie weit kommt Deutschland? Und was glaubt ihr, wer wird Weltmeister bei der reellen Eishockey-WM? Weltmeisterschaft wieder mal gibt es eine Partie Deutschland-Schweiz. Wie so oft, worauf ich mich auch freue, ist Schweden gegen Finnland. Das skandinavische Duell, das wird auch sehr, sehr interessant. Und ansonsten bin ich top zufrieden mit dieser Eishockey-WM. Ich habe da wirklich Bock drauf und freue mich einfach auf das, was da weiterkommt. Ich sage danke an euch alle. Schaltet wieder ein, morgen geht es weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu den Viertelfinals. Bis dahin, euer Bladiel. Bis dahin, euer Bladiel.